Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde hier bei der Rayman Legend Extreme Challenge im Daily Modus und ja, ihr seht, ich habe nur noch eigentlich 10 Stunden, das heißt es ist schon nach 12 Uhr, aber ich möchte euch nichtsdestotrotz nochmal ganz kurz hier präsentieren, wie ihr es trotzdem noch schnell hier in den Goldbereich reinschafft. Ihr seht, mit Indiana Jones geht's wieder los und ansonsten ist es heute eigentlich recht einfach gehalten, aber gerade die Goldgrenze hat es doch ziemlich in sich und da sind einige Sprungkombinationen, die wir zwar schon kennen, aber die nicht immer ganz einfach und leicht sind. So, die Elemente hier am Anfang kennen wir eigentlich alle schon, kleiner Sprung, großer Sprung, hier auch nochmal großer Sprung und ja, schon haben wir das 300 Meter Pause Seil schon erreicht, auch wieder großer Sprung, Hochaufsseil hier einfach runterfallen lassen, hier wieder hoch, also ja, es sind alles Elemente, ich bin schon ein bisschen müde, aber ja, diese Elemente gehen halt eben trotzdem noch. So, jetzt hier noch einmal hoch, einmal hier zwischenschlagen, über das Ganze drüber, diese Doppelschläge kennen wir eigentlich auch schon aus den anderen Elementen und ja, müssen hier eigentlich nur nochmal drüber, hier auch über das Seil drüber, haben damit schon die Hälfte geschafft bis zum Ziel. Jetzt hier noch einmal hoch, wieder einmal durchschlagen, hier auch durchschlagen und ihr seht, eigentlich sind alles sehr, sehr einfache Elemente. Hier bin ich jetzt ein bisschen, ja, habe ich zu früh geschlagen, bin da durch oben angestoßen, natürlich immer ein bisschen ärgerlich, hier auch wieder ein doppelt Durchschlag und das hier ist jetzt so die Grenze, ab jetzt zieht es deutlich mit dem Schwierigkeitsgrad an, hier die Doppelsprünge hier durch und das war auch die Goldgrenze schon, hier auch noch mal durch, jetzt hier wieder runter, hier einmal drüber, noch einmal weiter drüber, hier auch wieder durch, hier wieder runter, hoch, drüber und hier verklicke ich mich aussersehnlich, aber das reicht mir für heute, ich möchte jetzt dann langsam durchschlafen gehen, der Tag war extrem lang, ja, aber 1203 müsste eigentlich gut lang, damit sind wir auf jeden Fall im 10%-Bereich drin, ihr seid Rang 48 von 673, ist auf jeden Fall in den Top 10% drin und ja, ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns dann morgen wieder zu einer richtigen Challenge, bis dann!